Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video und zu einer Premiere. Das erste Mal spielen wir hier Scribble auf diesem Kanal mit drei wunderbaren, gutaussehenden Gästen. Zum einen haben wir von Gonzales und Klint, die beiden wunderschönen Mitglieder am Start. Stellt euch kurz vor. Hallo, hier ist Gonzales. Hallo, hier ist Clint. Mehr wollte ich nicht, danke schön. Und dann haben wir natürlich von MLGamer, den lieben Max, am Start. Hallo. Hochmotiviert wie immer, Leute. Hochmotiviert. Wir spielen eine Runde Scribble. Ich würde sagen, wir starten direkt. Ähm, ja, ich bin gespannt. Oh, die hübsche Monobraue noch. Oh, ich darf anfangen sogar. Oha. Okay, Leute, ich nehme was Einfaches zu Beginn. Flo cheatet übrigens in dem Game, anders kann ich mir das nicht erklären. Ein bisschen, aber ich wollte es euch nicht so erklären. Zack. Zack. Oh mein Gott. Leute, mehr mache ich nicht. Mehr mache ich nicht. Mehr mache ich nicht. Also jetzt mal ganz ehrlich. Wie, das ist nicht? Wie, das ist, warum ist denn das nicht? Hä? Das ist eine Pistole oder was? Hä? Das auch noch? Ahhhh. Ja, 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 ja. Oh, das kann doch nicht angegeben. Ja. Weil ich einfach... Hä? Schneller. Hä? 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 Äh, Max? Max, hallo. Ist, äh, äh, Verbindung in die Schweiz, glaube ich ganz schlecht gerade. Ich glaube auch, ja. Äh, äh, denk weiter, denk weiter. Denk, du musst einen Step weiter gehen. Mach einen Schritt. Äh, ja, wohin denn? Irgendwohin. Ich kann nichts mit weh machen. Ich kann nichts mit weh machen. Ich kann nichts mit weh machen. Äh, 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 nein. Messerkampf. Ja. Waffe? Ja. Ja, wie die Waffe. Max, jetzt kriegst du es dir. Jetzt kannst du zeigen, jetzt kannst du dich beweisen. Oh, ja. Ja, ja, jetzt kommt der Plex. Oh, was seht ihr. Ähm. Ja. Oh, Leute. Oh, Leute. Irgendeine Tasse hängt. Irgendeine Tasse klen. Irgendeine Tasse klemmt. Ja, Mann. Ja, Frank, guck dich rein. Es war die Lust-Taste. Ja. Äh, Frank. Ey, galt mir die Punkte. Deil. Oh, Leute. Schön. Deine Tasse klemmt. Die geht nicht zurück. Das war schön. Okay. Langes Wort. Fühlig. Schade. Wunderland. Oh, 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 oh. Schade. Ähm. Was ist das? Was? Oh, nicht Begr. Oh, Begr. Wow. Leute, wo ist mein Preis? Ich warte auf den Preis. Also, das ist doch eine Grillpfanne. Max, Statement. Wieso hast du denn das schon wieder erraten, Flo? Was ist denn da los? Es ist eine Sonnenblume, Leute. Ich bin ehrlich. Es ist eine Sonnenblume. Das ist einfach gut gezeichnet, ey. Es ist... Oh, das geht. Oh, ich hab wirklich gedacht, das wäre eine Sonnenblume. Leute, wir sind im Tierreich. Denkt an Tiere. Welche Tiere kennt ihr so? Ich kenn keinen Raiden. Jetzt ist es ein Pokéball geworden. Das ist... Das ist ein Pokéball. Bären. Bären. Das ist der Mitte. Also, ent... Flo, wie kannst du das schon so schnell wissen? Also, end's wieder, man kennt sich aus oder man ist halt Max oder... Nee, komm runter. Oder, äh... Ja. Fällt mir nichts mal ein. Okay. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das am besten... Mensch. Mensch. Uh, uh, uh. Ähm. Uh. Haha. Ja, kein Plan. Also, hab ich keine Ahnung. Hä? Was denn? Oh. Ja, ja, doch, ich weiß es. Okay. Ist okay. Das ist eine schlechte Frage. Hallo, oder? Aber eben noch sagen, hab keine Ahnung. Also, das... Picasso. Achso. Wirklich. Wenn's der Hut gewesen wäre, dann hätte ich wirklich keine Ahnung. Oh, bin ich schon wieder dran? Okay. Ja, ja. Leute, hier. Hey, hey, hey. Hey. Aufgepasst, Leute. Flo führt schon wieder. Das geht nicht. So. Das sind... Hm. Wie, kein Baum. Es geht halt um. Ja, zwei Minuten später hab ich auch einen Baum geschrieben. In Verbindung geschlecht. Ähm. Ach, sind fünf. Wir haben mal kein Ding. Oh. Ähm. Hallo? Aha. Oh, jawoll. Was? Oh, jawoll. Es ist alles dasselbe. Es ist alles dasselbe. Ja? Ich bin es und ihr seid es nicht. Hä? Nein. Leute. Auch nicht. Hä? Hey. Hallo. Oh, lol. Ja. Oh, Mann. Querdenken. Bei mir muss man querdenken. Auch manchmal ein bisschen im Kreis denken. Im Kreis. Hab ich nie geguckt. Ist mir scheißegal. Okay, jetzt hab ich schon das. Okay. Hab ich nie geguckt. Wie hast du nie geg... Hä? Oh, nein. Hä? Hä? James Bond. Hä? 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 Hast du nie gesehen? Du kannst ehrlich zu griffen Bugs. Du hast absoluten Bugs, wenn du das nicht geguckt hast. Ich möchte das Ganze hier eigentlich beenden. Jetzt. Also. Hä? Hä? Warum stehe ich denn schon wieder auf dem Schlauch? Ich finde gut, wie du auch noch Tod dahin geschrieben hast. Also. Jetzt mal ehrlich. Marvin. Marvin. Hey. Oh, nein. Jetzt hab ich Druck. Oh, Mann. Also, es ist schon... Also, es ist... Das ist Star Wars. Dafür, dass er es nicht gesehen hat, ist es eigentlich ganz gut gezeichnet. Das sind Lichtschmerzer in der Mitte? Ja. Die hab ich aber auch erkannt. Da dachte ich mir... Gut. Ach, du ahnst nicht. Frank, wie der Young zeichnet. Frank, willst du noch ein... Okay, danke. Ja, ich hab überlegt. Nö, alles gut. Ich bin letzter. Max ist vor mir. Scheiße. Ich hatte jetzt aber... Aber sowas von... Ähm. Oh mein Gott. Was? Okay, ist auf jeden Fall mal ein Typ. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Ding, Alter. Oh. 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 Was? Nein, 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 nein. Was? Ja, ja, ja. Max hat was erraten. Oh. Oh, nein. Ey. Schiebung. Schiebung. Das ist Schiebung. Da ist er. Der Wadekönig, ey. Oh. Schade. Wunderland. Ah, ich wollte es auch gerade reinfinden. Ähm. Oh. Kindergarten. Wer weiß. Ähm. Nee. Hu. Uh, uh, uh. Aber nee, zu kurz. Uh, uh. Nee, zu kurz. Wow. Leute. Hey. Kommt her, Alter. Bam, bam. Also wenn das mal... Das ist wirklich gut gezeichnet. Ich bin... Da kriegst du sogar... Da kriegst du sogar ein Like für. Danke. Wirklich. Also muss ich auch sagen. Also... Wirklich. Also echt. Den fühle ich sehr. Den fühle ich sehr. Oh, jetzt. Wow. Ey, kannst du mir das... Kannst du mir das noch einmal als Poster schicken vielleicht? Da, hochsprung. Easy, easy. Autogrammkarte mach ich dir fertig. Ey, ich würde mir das echt aufhängen zu Hause. Das ist wirklich beautiful. Hä? Wow, Alter. Also ich hab das mit Balanzieren zu tun, ne? Ey, krass. Also wirklich. Weh, ich hab das jetzt falsch geschrieben. Ah, okay. Kenn ich nicht das Wort. Was? Du kennst keinen Seiltänzer? Nee, bei uns ist das Stab... Balanzierer oder so. Whatever. Uh, was nehmen wir Leute? Wir nehmen das. Wir nehmen das. Das ist auch Spannung, das da halt. Wartet. Wieso? Oh. Oh, nein. Wo kann ich zurück? Sorry, hab's schon gefunden. So, wartet. So. Hallo. Eine Sekunde, Leute, wartet. Jetzt, wenn ich jetzt ein Ding mach, werdet ihr es sofort erwarten haben. Deswegen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich will so schlecht in Schnellschreiben. Ja. Mehr mach ich auch nicht. Mehr schreib ich auch nicht. Das ist die wichtige Punkte der Welt. Mehr mach ich nicht aus Protest, wenn das jetzt... Ja. Alles klar. Oh, nein. Oh, Mann, ich bin so lost. Es sind nur drei Buchstaben. Hey. Hey. Ich hab schon mehr gegeben, als die eigentlich sollte. Oh, Mann. Ich steh auf den Platz. Ja. Aber sehr. Das ist das. Oh, Leute. 80 Punkte. Das hab ich gegönnt. Ja, die nimmst du noch mit. Wachs hat schon 400 Punkte mehr? Ja, okay. Dann machen wir es halt einfach mal so, ne? Ja. Ja. Oh, nee. Und dann halt hier ne... Na, und so halt die... Was? Was? Hä? Was? Was ist denn das? Ja, natürlich. Hä? Was? Denkst du zwar was anderes... Ah! 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 Okay, okay. Ja, ja, jetzt. Es macht Sinn. Es macht alles einen Sinn. Jawohl. Die Blindenkatze. Die Blindenkatze. Die Gelbe. Die Gelbe. Das ist der Blindenhund. Das ist der Blindenhund, Alter. Ja? Die zwei Öhrchen. Spitz wie... Keine Ahnung. Ja, Spitz wie... Ja. Sagen wir es mal. Das ist der Minderjährige anwesend. Nee, nicht so. Hallo? Die Ohren. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Mann kennt ihn. Mann kennt ihn. Ähm. Aha. Mirella. Mirella. Oder wie heißt die, wie heißt die, wie heißt die, äh... Dingsabumster, die im Wasser rumschwimmt. Ariel habe ich aber auch schon geschrieben. Ah, Ariel. Oh, das habe ich nicht gesehen. Ja, das sagte ich mir. Oh, ähm. Äh. Was sehe ich hier für Sachen auf einmal? Ja, ja. Wunderschön. Was? Wunderschön. Wunderschön gezeichnet. Wunderschön gezeichnet. Wow. Mann. Noch nie in meinem Leben so eine schöne Zeichnung gesehen. Come on, Alter. Also, das würde ich auch gerne mal von euch erwarten hier. So ein bisschen. Na, das geht schon. Ja, jetzt Marvin. Hau mal einen raus. Oh. Riss? Nein. Ah, okay, das Schwein ist es nicht mehr. Nee, nee, ich habe auch gedacht. Ist das ein Schwein mit Daumen nach oben? Was ist denn das? Oh. Ich weiß es. Eine Schweinerei. Hä? Ich weiß es doch nicht. Schweine. Schweinefleisch. Weiß man nicht. Ah, oh mein Gott. Huch. Der deutsche Boss. Ah. Ähm. Ich kenne nur Spaßschweine, habe ich keine Ahnung. Ja, nee, habe ich keine Ahnung. Ähm. Keine Ahnung. Das meint ihr jetzt nicht mehr. Nee, das meint ihr jetzt nicht mehr. Ich kenne wirklich nur, keine Ahnung. Du kennst nur Spaßschwein? Ja, jetzt gleich vielleicht was anderes. Kleinen Moment. Nee, nee. Also, wenn du Spaßschwein kennst. Nee, ich würde nicht nur Spaßschwein. Dann ist alles gut, wenn du Spaßschwein kennst. Dann ist alles gut. Alles gut? Du kennst Spaßschwein? Wir sind glücklich. Ja, ja, ja. Sparschwein. So, Freunde, macht euch auch eine Zauberhafte Zeichnung bereit, ja? Okay, okay, fühle ich. Oh, weil der Zauberhaft gesagt hat Magier. Oh, 200 IQ, sagst du. Okay. So, und jetzt. Schiefes Haus, oder was soll das sein? Genau, schreib rein, das ist richtig. Nikolaus, oder wie? Genau, Haus vom Nikolaus. Das ist es. So. Jetzt nur noch ein bisschen die Umgebung so. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich gute Zeichnungen habe. Jetzt bin ich gerade verarscht. Das ist ein Haus und drei Bäume. Dann habt ihr hier noch. So was hier vielleicht. Uh, hei, hei, hei. Ist ganz einfach. Oder, oder. Easy going. Habe ich sofort erkannt. Ja, natürlich. Ich muss noch einmal mehr zeichnen hier. Gibt da eine Melodie zu? Gretel ist auch gut. Gretel ist nah dran. Gretel. Ja, hast du Gretel, ne? Oder, hat. Ja, ja, aber, nee. Danke. Aber der zweite Buchstabe müsste eigentlich jetzt schon üben sein. Der müsste eigentlich schon... Leute. Eigentlich safe call. Eigentlich süder. Güter. Güter. Siegel steigen oben. Die gute Hütze. Die gute Hütze, Leute. Macht euch nicht lustig über meine Zeichnung. Die ist sehr gut. Nein, natürlich nicht. Willst du mich gerade... Hä? Wie, hallo? Wie soll ich das... Was? Hallo? Hallo? Willst du dich verarschen? Hallöchen, Max? Egal, wir machen einfach das. Ich bin gespannt. Wir machen einfach das. Fühle ich? Fühle ich? Äh, so. Dann machen wir hier einfach so... Sonnenummel! Ach, schade. Gelbsucht. Alter, Alter. Ähm. Da sind wir so... Oh. Okay. Was? Deine ist schon ein bisschen angelaufen hier. Das ist nicht gut. So. Was? Was? Hier hinten sind dann noch liegen oder so. Was? Oh. Was ist denn das? Was ist denn das? Was willst du mir denn sagen? Ja, dann haben wir hier noch so... Ja, ja. Ich weiß, wo... Ja, ja. Ich weiß ja auch, wo wir uns befinden, aber... Ja! Oh, ah! Guckt auf das hier! Ja, okay. Ich habe geguckt. Ich habe geguckt. Ich habe es hinbekommen. Ja, als ob du das hast, Jeff. Sehr gut. Echt gewählten Punkt. Direkt hoch. Was? Du weißt nicht, was das ist, Max. Kann das sein? Ja. Du hast nämlich was Falsches gemalt. Oh. Also es ist nicht das, was du gemalt hast. Oh. Ich habe alles weggemacht. Egal. Nochmal. Ähm... Irgendwas mit Strand. Ja. Ja, 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 ja. Und was ist das denn? Man setzt sich eigentlich rein. Was soll das sein? Ein fucking Strandkorb. Oh, Gott. Also, Max, ein Strandkorb ist eigentlich eine Sitzmöglichkeit. Da setzt man sich rein. Oh. Ja. Ja. Das habe ich gemerkt. Ist das ähnlich wie so ein Sitzkorb oder so? Ja, es ist exakt ein Sitzkorb. Es ist einfach ein Sitzkorb. Oh, geil, Alter. Ah, ja. Ähm. 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 Schon wieder so ein Dreckshausfütze oder was? Ja. Was ist denn ein Tüppriff? Ah, nein. Hä? Ich war mir so sicher. Ich war mir sehr sicher. Bei was? Bei Fest, ne? Bei Stimme Glas. Ah, nee. Frank malte doch immer so verwirrend. Das letzte kommt jetzt erst. Er hat noch nicht mal angefangen, das zu malen. Er fährt gleich ein neues Bild. Ja, ja. Dann. Ja. Ja. Jetzt gehst du mir nicht erst richtig los hier. Was? Hä? Kuchen auf dem Dach oder was? Ah, nee. Hä? Äh. Oder Geld. Hä? 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 Oh. Hä? Was denn? Was? Was? Nö. Was? Ja. Oh. Oh Gott, er hat es tatsächlich so gemacht. Er hat es tatsächlich so gemacht. Oh mein Gott. Schande über Frank. Keine Ahnung. Ich weiß sie nicht. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so richtig war. Ich fühle mich langsam nicht mehr wohl hier mit euch. Was ist das denn für ein Wort? Hä? Sonnenstrahlung. Keine Ahnung. Oh, 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 wer ist es denn? Wer ist es denn? Nee, Mondfinsternis ist es nicht. Äh, die andere ist es einfach die andere. Keine Ahnung. Die Saturnfinsternis, jetzt schreib sie hin. Was? Saturnfinsternis, kennst du die nicht? Die gibt es auch in der Schweiz. Das passiert, wenn der Pluto sich vor den Saturn schiebt. Hä? Ach, Max. Da sind zwei Sachen zu sehen. Eins von den beiden hast du schon geschrieben. Ja, Mond und Sonne. Ja, wenn es nicht die Mondfinsternis ist, dann ist es wohl die andere Finsternis. Ja, die Mondfinsternis. Nee, ist es doch nicht. Ach, Max. Oh, Mann, ey. Ähm, hey, das eine Wort kenne ich gar nicht. Gut. Freunde, jetzt geht es wieder darum, wer am schnellsten ist. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Äh, äh. Hallo. Ja, ich habe Hashtag geschrieben. Ja, okay. Oh, Mann. Dann zieh ich mit dem Punkt wieder weg. Ja, dann rückt er sich sie, aber. Der ist natürlich wieder dabei. Jetzt. Jetzt. Ey, Max. Willst du mich gar verarschen? Ich sag euch das Wort, aber ich will es nicht. Bandscheibenvorfall? Digga, willst du mich verarschen? Ja, wollt das doch. Nee. Mach das hier. Sonnenfinsternis. Astronauten. Ja. Ja. Oh. Hä? Was? Was? Lego? Ja, weiß ich nicht. Äh, das zeichnet sich. Hä? Befinden wir uns im Gesicht gerade? Ich glaube schon. Ja, 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 ja. Und was macht die Person? Ja, das habe ich doch schon geschrieben. Das habe ich auch geschrieben. Nee, nicht. Hallo. Da unten ist... Ich zeichne das nochmal. Ja, das wäre vielleicht auch besser. Was? Wo befinden wir... Also, okay. Okay, okay. Da, ähm, äh... Oh, scheiße. Ich muss weg vom Bratiergummi. Äh. Äh, ja, das wissen wir. Ist das so ein Wort? Schnee. Verdammt. Ähm. Da unten ist ein Käse, ja? Und der stinkt, aber übel. Oh, nein, nee. Hallo. Ah, es geht, es geht nicht raus, es geht rein. Es geht rein, es geht nicht raus, es geht rein. Das geht in die Richtung. Ja, ja. Ja, so? Ja, das ist wichtig, das ist wichtig. Und, und, oh, oh. Oh, ja. Warum geht denn das nicht? Weil, weil ich, weil ich ein Champion bin und weil Max auch ein Champion ist. Ja, sehr gut, Flo. Oh, lol. Oh, loo. Oh, hab ich, Mann. War okay? Ich hatte sie in den Scheißhaufen gemeint, lieber. Ah, ja gut, ja, stimmt. Aber ich... Ich brauche jetzt, ich brauche jetzt ein Hammerwort. 35 Punkte. Nee, bist du vor mir, oder nee? Nee. Oh, scheiße. Ja, 35 Punkte noch, dann habe ich nicht. Oh, nee. Das ist kein Hammerwort. Ja, ich habe, ich habe es gecheckt, Flo. Danke, danke, Max. Was, was ist das auch nicht? Das ist ein Weasel. Nee, auch nicht. Shit. Ich kriege die Punkte, ich sammle mir die. Was ist das? Das ist schon wieder, es beginnt wieder das Weasel-Ding. Ich hole mir das. Nee. Oh, nein, nein, nein. Ist das etwa... Nee, ne? Nee. Äh, oh, oh. Ein Tegel. Uh, es ist... Nee. Nee. Nee, nee, okay. Äh, was? Was? Mit Ärzten? Was? Okay, warte, jetzt gleich kommt das. Jetzt kommt das Detail, was es verrät. Ja, gleich. Ja, ja, noch nicht. Erst mal die Kran. Ich denke, ab den letzten 20 Sekunden oder so wird es dann... Das ist das Detail, aber ich check das Detail nicht. Nee, ich auch nicht. Höh? Oh! Nein, ich check die immer noch nicht. Oh, nein. Ja, ja. Was? Hä? Hä? Was? Ist es das? Oh! Ah, ah. Nee. Das? Ah, okay, okay. Hey. Hey, hey, hey. Das wissen nur Profis. Das wissen nur Profis. Ja, kenn ich nicht. Yes. Genau, Luchs. Es war ein Luchs! Ich muss das, ich muss das, Digga! Ah! Ja. Asozial. Oh, ich bin wieder für jeder. Nee, das ist zu kurz. Oh, Marvin, alles klar. Ähm. Oh, wie heißt denn das? Ja! Let's go! Let's go! Oh, Max! Wunderschön gezeichnet. Wow. Ey, wirklich? Das würde ich als Wikipedia-Bild nehmen ab jetzt. Also, ganz ehrlich? Nee, nee, nee. Ganz ehrlich? Lorenz Koba habe ich als allererstes gedacht. Lorenz Koba? Wahrscheinlich. Oh! Ja! Freunde, ich will nicht sagen, der unergefochte Champion auf der Nummer 1. Oh. Hä? Äh, was? Huch? Ähm. Huch? Huch? Gut, Freunde, ich würde sagen, das war eine erfolgreiche Runde von Scribler.io. Falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und checkt die anderen beiden Kanäle ab, die sind in der Beschreibung verlinkt. Da ist jetzt gerade auch eine wunderbare Runde, unter anderem mit mir online gekommen. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Gruß und Kuss. Ja, schön. Perfekt, schön. Äh, gut, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns, hat einen wunderbaren Tag, bleibt fresh so wie immer und ciao. Auf jeden. Tschüss. Tschüss.